Ich möchte noch kurz vor dem Lied sagen, es ist letztendlich der Generation meiner Urgroßeltern gewidmet oder Großeltern gewidmet und die würden jetzt, glaube ich, sehr gut verstehen, was ich meine, wenn ich das Steckrübenlied singe. Das Lied heißt Steckrübenrezepte und ja, wir probieren es mal. Auf der Wetter geht es zu, ich muss sagen, also echt, mir wird es jetzt beim Nicht-Hinsehen regelmäßig schlecht. Oh, es regiert der Hass und es regiert die Gier. Ich habe diese Reise nie gebucht und bin trotzdem Passagier. Was ist zu tun, was kann ich machen? Ich halte das nicht aus. Ich bin doch so sensibel und um mich dieses Haus. Oh, Terroristen machen Terror, Nazis demonstrieren und der ganze Wahnsinn will rein in mein Gehirn. So manches habe ich ausprobiert, um mich abzulenken. Bücher ließen Gewichte heben und auch senken. Geholfen hat mir nichts davon, ich wollte schon aufgeben. Doch ich fand eine Leidenschaft und die hält mich am Leben. Oh, Steckrübenrezepte, ich suche und koche sie. Oh, Steckrübenrezepte, mir geht's so gut wie nie. Oh, Steckrübenrezepte sind phänomenal. Steckrübenrezepte, der Rest ist mir egal. Jetzt schauen sie mich nicht so an, ich kann das ja erklären. Auch meine Großeltern hatten Steckrüben schon gern. In manchen Jahren hat es außer hier fast nichts gegeben. Oma sagte immer, die Rübe ließ uns leben. Auch mich dann betrachtet finde ich sie einfach toll. Es gibt sie immer und sie macht den Magen voll. Es reichern Vitaminen, Eiweiß und auch Parotin. Vielleicht verstehen sie jetzt, warum ich so begeistert bin. Ich ess sie wirklich immer zu. Die Zeit ist mir egal. Wenn sie mich mal besuchen. Steckrüben überall. Steckrüben Marmelade. Steckrüben als Kaffee. Steckrüben als Sauerkraut. Steckrüben als Püree. Oh, Steckrübenrezepte, ich suche und koche sie. Oh, Steckrübenrezepte, mir geht's so gut wie nie. Oh, Steckrübenrezepte sind phänomenal. Steckrübenrezepte, der Rest ist mir egal. Früher hab ich oft gelitten, heut fühl ich mich wohl. Draußen spielt die Welt verrückt, bei mir riecht es nach Kohl. Uns sollten Krisen unsere Welt bald aus den Angeln heben. Schauen sie bei mir vorbei, denn ich kann den Steckrübenrezepte geben. Ich kann den Steckrüben rechnen, ich kann den Steckrüben rechnen, ich kann den Steckrüben rechnen.